Ich muss gestehen, du machst mich ziemlich heiß. Sommergefühle? Der Disney Channel pimpt eure Ferien. Ich lebe aus! Zuerst täglich das Unmögliche mit Phineas und Fer. Hat's funktioniert? Ich glaube schon. Ja! Und danach gibt's eine eurer Lieblingsserien mit fünf Folgen am Stück. Richtig! Das Disney Channel Ferienprogramm am Montag 9.15 Uhr. Richtig!